Yo yo, heute bin ich nur ganz kurz dabei, äh in Genshin, also nicht zu sagen, just by the way, ich glaube das hier Event ist, ich weiß nicht mal ob das hier Event überhaupt vollständig, äh completed ist, also ob man es überhaupt komplett spielen kann, aber so oder so mache ich es heute nicht, das heißt ich mache heute einmal ganz schnell Ladies, äh, Spin Risen und dann gehe ich weiter zu Watering Waves, wenn ich fertig mit Watering Waves bin, dann, äh, ja. höre ich auch auf für heute, ich gehe nämlich um 17 Uhr, ich greife mich um 17 Uhr mit Kumpels heute, das heißt, ich habe nicht so viel Zeit zum Streamen, genau, ist auch schon inzwischen schon 15.07 Uhr, das heißt, ich habe wirklich nicht mal so viel Zeit, also tatsächlich nicht so, äh, viel wie ich sonst gerne hätte. Und Tomator ist in einem Call, ich würde dem glaube ich direkt auch gleich joinen in seinen Discord Call, ja, ist besser Kobi nämlich, deshalb ja. Hallo Tomator. Hallo. Und wie geht's, was machst du gerade? Ich mach gerade das Cursed Gauntlet. Ach, ich würde auch gleich gehen. Ich würde einen Stuhl aufbauen wollen. Achso, ja gut. Hast du einen neuen Stuhl meinst du, oder? Wie? Du hast einen neuen Stuhl, Gangstuhl, oder wie? Ja, wir haben uns von der Weile so Bürostühle gekauft Achso Weil meiner schon komplettes Siltspolster zerfetzt hat Ich kann ja gleich später mal ein Bild schicken Alles klar Ich bin heute aber auch nicht so lang da Au, du Plattform, Alter, so kacke Hast du fertig gemacht? Ja Oh Gott Sag's jetzt so wie es ist, ich werde den wahrscheinlich nicht spielen Lass dir mal Raum 666 angucken Weiß ich nicht, ob ich das will Weißt du, das war der schwerste Raum von allen oder war das einfach nur Nee, nee, nee Aber das war ein schöner Difficulty-Spike so mittendrin Nice Nee, ich habe gerade die ersten zwei Level vom Cursed Gauntlet zweimal abgeschlossen Wollte ich noch das dritte Practice Mode machen und dann gehe ich Das sind Easy Demons oder? Und Medium Demons im Cursed Gauntlet Ich habe keine Ahnung wie schwer das letzte ist, aber wenn Eisweil für mein Lille Ei dabei ist, dann sind vier Easy Demons Und das letzte, keine Ahnung Oh, eher gut Vielleicht auch nur Easy Demons Oh Gott Mann, ich warte bis nur auf den nächsten Patch, ich will endlich pullen können Ich bin so Gambling gedeckt, das ist krass Hallo Aaron, jo, was geht? Willkommen im Stream Wie geht's denn so? Ich bin heute nicht so lang On Ich mache vielleicht noch einen zweiten Stream ganz spät in der Nacht, aber Äh, keine Ahnung, ob ich das wirklich mache Ansonsten bin ich heute nur so eineinhalb Stunden oder sowas on Hab morgen wieder Schule Oh no, ich hätte so keine Lust drauf Dann tue es mir leid Ich habe zum Glück noch eine Woche auch, aber danach auch Nach das mündliches Abend wieder auf, habe ich auch keine Lust, um ehrlich zu sein Ich habe überhaupt keine Lust, weil mündliches Abi sind ja vor allem die Fächer, die du eigentlich nicht haben wolltest So Deutsch wolltest du nicht haben, weil es zwar Ich habe es bloß dazu gezogen Ich habe es lieber als Englisch Bitte? Ich habe es lieber als Englisch, aber ich habe es lieber als Englisch Noch mal was? Bei dir war es Englisch Ich wollte Deutsch lieber als Englisch sagen, aber ich hatte Geschichte am Mündlichen Achso Ja, Deutsch muss man aber bei uns machen Schreiben wir nächste Woche Mathearbeit Das ist schade Die entscheiden, ob ich ja schon ins Gymnasium gehe Achso, du bist vierte Klasse Oh, ich dachte irgendwie Haben Nee Wait, was dann? Oder Nee, ich habe keine Ahnung Oder ist es dann so Das bestimmt, ob du jetzt noch weitermachen kannst Oder ob du dann in die Realschule gehen musst Ich bin auf einer Privatschule, da entscheidet sich das nach achten Klasse, wo man lang geht Achso, ja gut, dann im Moment Ich war gerade so verwirrt, so vierte Klasse, höh Ja, okay Ja, okay I see Na Dann viel Glück, da Danke, dass du die komplette... Ich weiß nicht, was Sakobi geschrieben hat Vielleicht verrät er es uns Wo ist Sakobi eigentlich hin? Warum ist er einfach diesbohrt? Oder hat er heute wieder Probearbeiten? Kann sein, weiß ich aber nicht Na gut, ich muss halt in Mathe 2,5 stehen Stehe gerade 2,6 und 3. Juni ist Notenschluss Oh Na gut Ist also letzte Chance, nochmal eine 2 rauszuhauen Aber Schur, die 2,0 in Mathe ist Trust Alles klar Ich bin tot Der Tore ist in der Nähe Wir werden streichen Du hast tot Geil Irgendwie lohnt sich, dass ich gefühlt nicht mal den Burst für Nublet zu machen Das ist Trash, das ist auch Trash Mann Ich krieg auch nichts mehr Gescheites aus den Domains mehr raus Ich farm diese Domains seit Fontaine Release Fontaine ist aber wie durch Und ein Insane SPs ist das Nein, nein, schade Warum krieg ich aber auch nur Attack Sands Und natürlich Attack Sands sind immer noch besser als Defense Sands Ich krieg auch vor allem eigentlich Defense Sands Aber ich will HP Sands haben Ich will mal ein gescheites HP Sands für meine fucking Freedom haben Sie hat nicht mal 30 CV auf ihrem Sands Das ist unfassbar Und kein Jahr Und nur 1 HP Flat Was ist das wohl? Zeit für Charlo einfach mal auszupacken Und die Sandsamage zu machen Ich dachte, was macht Krabaletta? 40k? Holy shit Krabaletta war immer gut auf Ja, warum noch nicht Ja, und das ist wieder kein Farina Piece Maxima Chiodi oder sowas Das könnte okay werden Aber sieht auch nicht so Wow, Omega Insane aus Das hat halt auch noch Crit Rate Das heißt, das könnte ich gar nicht benutzen Auf den meisten Charactern Geil Ich höre das schon fast Ich höre das schon wie im Demon Einhauten Das ist ein kurzer Ich bin jetzt Ehrlichkeitsexperten Na ja, ich verkrümel mich dann mal Warum, was ist denn? Wie gesagt, meinen Stuhl aufbauen Achso, stimmt, soll Na gut, dann Viel Spaß beim Stuhlaufbauen, ne? Ciao, ciao Oh, er hat sich verpisst, bevor ich Chor-Chor gesagt hab. Okay. Bop, bop, bop. Trash. Ja, das ist Defense, okay, hier hab ich nichts Gescheites bekommen, ne? Das hier könnte Crit Damage bekommen, dann wär's in GeodP's. GeodP's Trust. Oh, das ist Elemental Mastery, also das ist Kack hier. Ja, das war's. Warte. 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 Crit Damage, Trust. Das ist Attack% und dementsprechend Dogshit. Wird's jetzt vielleicht okay werden können. Äh, ja, das, äh, äh, war's irgendwie auch schon. Ich kann theoretisch noch ein bisschen was machen, um's auszustrecken. War ganz ehrlich, ist mir auch egal. Die 11 Minuten Genshin-Pact für heute reichen mir auch schon. Und, ja, damit mach ich die Recording Waves weiter. Es gibt grad sowieso nicht so viel zu tun mit Genshin, also, hey. Meine, äh, Artefakte sind ja auch, weil ich gestern so spät sie erst eingesammelt hab, erst in vier Stunden oder sowas wieder einsammelbar. Die, äh, die Artefaktspots, deshalb kann ich das auch nicht jetzt machen. Also dann, na, jetzt kommt Wuthering Waves. DEFAKT